Sind Sie bereit für die Digitalisierungsoffensive? Open AI, Truce GPT, wow, das klingt wie eine neue religiöse Bewegung. Wir versklaven die KI oder die KI versklavt uns. Mit den Algorithmen ist es wie mit Radioaktivitäten. Du hörst nichts, du siehst nichts, du riechst nichts und plötzlich hast du den Salat. Wir sind keine Opfer, wir sind Eroberer. Wenn du das Leben von 100 Millionen Menschen veränderst, bist du nicht erfolgreich. Erfolgreich bist du erst, wenn du das Leben von einer Milliarde Menschen veränderst. Was ist denn Intelligenz? Was ist menschlich? Was ist künstlich? Die Modelle berechnen Muster. Sie sind keine Naturgewalt, der wir hilflos ausgeliefert sind. Alle schreien nach Digitalisierung. Wir begrüßen die Regulierungsbestrebungen der Europäischen Union. Gemeinsam werden wir Technologien sicherer gestalten. Ihr habt aufgegeben. Nach資ignal Lorde. Auf geht.